Oha, jetzt hast du wieder wie so ein Achtarmiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Bekanntlich gibt es ja keinen zweiten Moment für den ersten Eindruck. Für alle Neuen hier auf dem Kanal. Das war's dann wohl. Alles richtig gemacht. Also Leute und Leute nennen. Für alle, die mich noch nicht kennen. Hier ist der Werner. Der Werner und der Werner, wie heißt du mit vornamen? Werner. Werner, ne? Für Zeit. Mach mal gern ein Abo fertig da. Ich hoffe euch geht das gut bei den Endgeräten zu Hause oder auf dem Barhocker in der Kneipe am Handy. Schön einen zusammen haben. Das ist kein Thema. Und nun noch kurz was zu mir. Ich bin der Person des öffentlichen Tresens. Dafür stehe ich mit meiner Fahne. Mein Name ist Volker Pott. Leute, Leute, Volker im Gebäude. Ich komme aus Hamburg. Meine Hobbys sind Bier trinken, rauchen und am Tresen sitzen. Volker Pott. Blutgruppe Tabak. Sternzeichen Kneipe. Ascendent Promille. Hamburger Bierabend. Auf dem Couch sitze ich auch gern mal. Das ist alles all inclusive. Ach, scheiße. Beruflich Bierlogistiker und Tabakverbrennungsanlage. Wen und wieder fällt mir auch mal der ein oder andere Schnapsel im Mund und ich torgel auf Hartgetränk durch die Gassen. Naja, Leute. Jetzt wüsste beschafft. Wir können ja doch mal anstoßen hier auf virtuell. Ja oder nein? Nein. Prost. Ich gehe jetzt auf Freizeit auf die Karte raus, als ich kriege den noch gekocht. Also, tschüss, Leute. Bye-bye, Leute. Mach die Kamera aus, da brauchst du einen Untertext. Ja oder nicht? Das war's.